Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohne, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich? Den Zustand find ich höchst fatal, für heutige Zeiten nicht normal, wo jeder nur...